Es war einmal vor einem Fenster voll Sneaker, da lebte ein kreativer Junge. Du denkst, dass Sneaker die Fenster zur Seele sind. Wenn man viel von sich selbst ins Design einfließen lässt, geht es durch die Decke. Dann schlüpft man in den Sneaker und er erzählt mir Geschichte. Aber Möglichkeiten und Chancen fühlten sich so weit entfernt an, wie ein Schloss in den Wolken. Darius King! Der Sneaker-König. Ich soll für King arbeiten. Das ist mein Traum. Auf der SneakerCon müssen wir auffallen. Wir brauchen etwas Neues. Wir brauchen frischen Wind. Jemanden mit Ideen. Such einen Designer mit Leidenschaft, der eine Geschichte erzählt. Dann versuchen wir es. Wir müssen ihn nur noch finden. Du bist verdammt talentiert. Ich kritze nur in meinem Block rum. Ich bin irgendein Typ im Lager. Das klingt eher nach deinem Stiefvater als nach dir. Das hier ist das echte Leben. Keine Kritzelei. Ich wollte dieser Unsinn, von dem du immer träumst. Das räumst du auf. Er hielt an seinen Träumen fest. Aber würde er sich beweisen dürfen? Die King-Six-Gala? Design-Pass, Nika, für die Gala. Dafür ist keine Zeit. Na los, zeig, was du drauf hast. Wow! Du hast ganze Arbeit geleistet. Bereit für den großen Abend? Entschuldigung. Warte, hast du die entworfen? Schon den ganzen Abend reden alle nur über dich? Uns läuft leider die Zeit davon. Warte, warte, komm schon. Was sollte nun aus seinen Träumen werden? Mein Schuh, mein Schuh! Lauf! Das wäre wohl eine ganz eigene Art der Magie. Das wäre wohl eine ganz eigene Art der Magie. Das wäre wohl eine ganz eigene Art der Magie.